Wir befinden uns hier im neuen Erweiterungsbau des historischen Stadtcasinos in Basel. Das Gebäude ist nach einer zweijährigen Planungszeit, in der ich selbst direkt involviert war, in der Planung und im Verkauf während zwei Jahren, in der Zeit von 2016 bis 2020 dann realisiert und so wie wir es heute hier sehen, erstellt worden. Wir haben hier vier Schindler 5500er in einer Kastausführung installiert. Das Ganze ist in einem sehr engen Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro Herzog Dömerow und einem spezialisierten Schreineratelier ausgeführt worden. Unsere Lifts sind auch erdbebentechnisch umgestattet worden. Die Herausforderung war speziell daran, dass wir eigentlich in der normalen Schachtmasse die Erdbeben-Massnahmen umsetzen mussten. Dank dem Embassy haben wir diese Lösungen gefunden und konnten dann auch die ganzen Ausstattungen speziell ausführen mit Sandauskleidungen, Edelstahl und speziellen Mühlen. Musik Selber konnte ich in der DDR noch nicht Konzerte hören, aber ich bin überzeugt, das wird im Winter ein Thema werden, weil die schönen Konzertsäle, die wir hier haben und das schöne Gebäude, das muss man einfach geniessen in der Stadt Basel. Musik 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 Musik